Glück ist, auch mal über sich selbst lachen zu können. Ist doch merkwürdig. Wir schütten uns aus vor Lachen, wenn andere in Filmen und im richtigen Leben ein Missgeschick passiert. Auf alles Unglück, was uns selbst widerfährt, reagieren wir aber übellaunig. Warum eigentlich? Also lach über dich selbst, wenn du zum Beispiel ausrutscht oder vom Stuhl kippst. Du wirst sehen, mit einem Lachen im Gesicht sieht die vermeintlich schlimme Situation schon viel entspannter aus. Also, worüber könntest du heute lachen?